Hallo und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute ist ein guter Tag, denn wir haben heute dieses Schmuckstück dabei, Tesla Model 3 Performance. Wir haben uns also nicht lumpen lassen und wir gucken uns den Wagen mal an, testen mal durch und ich erzähle euch, was ich von dem Auto halte. Los geht's! Ja, wir sind jetzt in dem Innenraum vom Tesla Model 3. Nun, das wird sich durch das ganze Video ziehen wie ein roter Faden. Ein Tesla ist einfach anders als andere Autos und was man einfach sofort bemerkt, was der größte Unterschied ist, Teslas sind vom Innenraum extrem clean. Es gibt quasi keine Knöpfe. Ich habe hier am Lenkrad diese beiden Kipp- und Drehschalter. Ich habe hier diese Bedienelemente im Lenkrad mit dem Blinker, dem Scheibenbücher und dem Wahlhebel. Und that's it almost. Also man hat hier oben noch den SOS-Knopf und den Knopf für die Warnblinkanlage. Ansonsten hat dieses Fahrzeug keine Knöpfe mehr, mit denen man das irgendwie bedienen kann. Wenn man irgendwas einstellt, Klimaanlage oder irgendwas, das ist alles hier in diesem Display drin. Das werden wir uns dann gleich mal im Stand mal angucken. Da werde ich mal durch so ein paar Menüs schnell durchschalten. Wir wollen jetzt hier kein riesen Tutorial-Erklärvideo machen, aber mal so ein bisschen das zeigen. Aber wie wirkt denn das? Was ist denn das eigentlich, der Innenraum von Model 3? Es ist einfach unfassbar aufgeräumt. Es ist total clean. Ich persönlich mag das super doll. Es ist extrem hochautomatisiert. Also man fährt das Model 3 eigentlich immer oder andere Teslas auch eigentlich immer alles irgendwie im Automatikmodus. Also Licht ist im Automatik, Scheibenbücher ist im Automatikmodus. Da wird nicht irgendwie rumgestellt. Das ist einfach wie es ist und der Tesla macht viele Dinge selber. Das ist eben auch die Philosophie, die hier dahinter steht, die ganz klar wird, dieses Auto soll einfach sein. Es soll clean sein. Wenig Knöpfe, wenig Bedieneinheiten. Das ist ein bisschen Geschmackssache. Ich finde es super. Ja, wir sind jetzt auf die Autobahn aufgefahren und wollen uns jetzt mal mit einem Thema beschäftigen, was natürlich immer im Zuge, wenn man über Tesla spricht, mit fällt. Das ist der Autopilot. Der Autopilot ist ein kleines bisschen, der Name ist ein bisschen trügerisch, denn es handelt sich hierbei noch nicht, noch nicht um ein System, das vollautonom fahren kann. Was bedeutet das? Das bedeutet, ich als Fahrer, ich habe zu jeder Zeit die komplette Verantwortung über das, was hier passiert. Macht der Autopilot einen Fehler, bin ich schuld. Aber ich darf natürlich auch jederzeit den Befehl überschreiben, indem ich zum Beispiel aufs Gas trete, Bremse, Lenke und so weiter und so weiter. Aber jetzt wollen wir uns doch mal anschauen, was kann denn der eigentlich der Autopilot vom Tesla Model 3. Dafür aktiviere ich den Autopiloten jetzt mal, indem ich doppelt auf den Wahlhebel drauf drücke und dann sieht man hier auf dem Display, dass hier oben dieses Lenkrad blau umrahmt wird und dann ist der Autopilot also an. Jetzt fährt das Auto in der Spur, vollautonom sozusagen, und also hält es in der Spur und fährt dem Vordermann hinterher und die Geschwindigkeit, die ich fahre, wird hier oben angezeigt, also die Sollgeschwindigkeit und die kann ich über das Lenkrad hier entsprechend einstellen. So weit, so gut. Was gibt es denn noch für Funktionen? Abgesehen davon, dass das Fahrzeug jetzt wirklich stabil, gerade in der Spur fährt, kann das Model 3 auch automatisch die Spur wechseln. Wir fahren jetzt hier vorne nochmal an diesem LKW vorbei und dann zeige ich euch das mal. Das wird also folgendermaßen funktionieren. Ich habe so ein bisschen die Hände natürlich immer am Lenkrad und das ist dann gleich wichtig. Ich werde jetzt, sobald wir an dem LKW vorbei sind, den Blinker, übrigens alles E-Golfs, gebaut in Dresden auf dem LKW, mal den Blinker nach rechts setzen. Jetzt zeigt er an, hier die Spur ist frei. Ich gebe mir einen kleinen Lenkimpuls und jetzt wechselt er völlig automatisch die Spur rechts rein. Man muss am Anfang ein bisschen üben, weil man sozusagen, man muss den Blinker setzen, sollte natürlich selber auch schauen, ob die Spur frei ist und dann noch einen kleinen Lenkimpuls geben. Das muss man zeitnah machen, sonst bricht er ab. Jetzt machen wir den Spurwechsel wieder nach links, zeigt er mir das an, dass er die Lücke gefunden hat. Zack, fährt darüber. Das Model 3 prüft natürlich auch, ob die Spur frei ist, ob irgendwelcher Verkehr von hinten angefahren kommt und so weiter. Aber wie gesagt, ich bin verantwortlich, ich sollte es auch checken. Aber vom Grundsatz funktioniert das ziemlich cool. Ja, das Schöne am Autopiloten ist, dass der Autopilot natürlich, um seinen Fahren realisieren zu können, den umliegenden Verkehr permanent beobachtet. Und das fand ich persönlich sehr angenehm. Er zeigt mir an, was er an Fahrzeugen hier so sieht. Also man braucht da nicht die ganze Zeit hingucken, ich habe hier die Scheibe. Aber es gibt mir einfach so ein Gefühl von Sicherheit, dass der Autopilot sieht, okay, da ist ein LKW, da vorne ist noch ein LKW, vor mir fährt ein Transporter. Stimmt auch. So ein großer und der ganzen, also erkennt es, sind das große Autos, kleine Autos. Er sieht auch Baustellenkegel und solche Sachen. Das finde ich eine vertrauenserweckende gute Sache und ein gutes Feature, weil bei anderen Assistenzsystemen ist man immer so ein bisschen, ja, hat er das jetzt überhaupt gesehen, hat er das überhaupt mitbekommen. Das finde ich gut. Ja, das Schöne an dem Model 3 ist eben auch, dass wenn man mal ein bisschen zügiger fahren will, dass es mit dem Tesla auch ganz gut geht. Also wir haben jetzt hier mal 180 Grad angelegt gehabt, 160. Autopilot geht nur bis 150 kmh. Also will man schneller fahren, dann muss man das manuell tun. Aber für alle die, die also auf der Autobahn mal ein kurzes Stück von Stadt zu Stadt mal fix überdüsen wollen oder die deutschen Möglichkeiten ausnutzen, kommen hier durchaus auf ihre Kosten. Ich empfehle euch da unser anderes Tesla-Video, da wird das nochmal ausgiebig gezeigt. Ja, wir kommen jetzt auf das Dreieck Nossen zu, an dem wir rechts abbiegen müssen. Und der Autopilot, der ja auf Autopilot navigieren eingeschalten oder diese Funktion ist eingeschalten, wird uns jetzt gleich sagen, dass wir in die rechten beiden Spuren müssen und wechselt dafür jetzt sogar selbstständig die Spur in die richtige Linie, jetzt in die richtige Fahrspur eben rein. Wie ihr gesehen habt, ich habe gar nichts gemacht, ich habe nicht geblinkt, ich habe nicht gelenkt. Das Auto hat völlig selbstständig die Spur gewechselt und wir sind jetzt auf der richtigen Spur, um entsprechend mit dem Autopilot weiterzufahren, ohne dass ich irgendwas tun muss. Und das ist eben schon echt, also vielleicht ein bisschen gruselig am Anfang, aber eigentlich echt mega geil, dass das jetzt Stand der Technik ist, dass mein Auto einfach für mich die Spur wechselt und ich dafür gar nichts machen musste, um richtig rauszukommen. Ja, wir kommen jetzt an unserer Autobahnabfahrt an. In Nossen, dort werden wir jetzt runterfahren, weil wir zum Supercharger fahren wollen. Und jetzt werden wir euch nochmal zeigen, wie der Autopilot uns mit Autopilot-Navigation von der Autobahn runterfährt, entsprechend. Dafür machen wir jetzt nochmal hier einen normalen Spurwechsel. Und jetzt in 400 Meter ist es jetzt also so weit, dass hier die Abfahrt ist. Und dann wird der Autopilot uns jetzt auf die Spur führen, ganz automatisch. Und macht ein bisschen Schwungfall und entsprechend abbremsen und runterfahren. Ich habe wirklich noch gar nichts gemacht, ich habe den Spurwechsel nicht gemacht, ich habe nicht geblinkt, nichts. Wir sind völlig autonom jetzt hier runtergefahren. Also, es ist ein bisschen hektisch geworden hier, aber es ist also passiert. Ja, jetzt will er, dass ich wieder was mache. Ich habe jetzt lange nicht gelenkt. Aber ihr habt es gesehen, Respekt. Also, es ist noch nicht perfekt, aber das ist ja auch sehr interessant übrigens am Tesla-Autopiloten, dass er ja dem Prinzip des Fleet-Learnings unterliegt. Also, die Teslas, die irgendwo langfahren, vor allem die mit Autopilot fahren, sammeln eben Daten darüber, wie sie reagieren, also wie die Fahrer gefahren sind, wo die Fahrer langsamer gefahren sind, wie sie die Spur genommen haben und so weiter. Und diese Daten werden dann zentral von Tesla ausgewertet. Und jedes Mal, wenn er wieder in den Tesla langfährt, gibt es wieder neue Daten. Und von Mal zu Mal wird es also besser. Also Strecken, wo immer wieder viele Teslas langfahren, wenn die Teslas irgendwann super gut fahren können im Autopilot, weil sie das einfach als Schwarmintelligenz sozusagen gelernt haben. Und das unterscheidet eben auch den Autopiloten von anderen herkömmlichen Assistenzsystemen. Ja, wir sind jetzt hier entnossen an dem Tesla Supercharger angekommen und wollen euch das mal zeigen. Wir haben einen kleinen Fehler bei der Anfahrt hier gemacht. Wir hätten nämlich ein Navi einstellen sollen, dass wir zu diesem Supercharger fahren. Dann vorkonditioniert der Tesla den Akku, also er bringt ihn auf die richtige Temperatur, um maximal schnell zu laden. Das haben wir jetzt nicht gemacht. Deswegen wird es wahrscheinlich jetzt am Anfang ein bisschen länger sein, bis er die richtige Temperatur entsprechend hat. Aber ich will euch vor allem zeigen, jetzt mal wie einfach und cool das Laden an einem Supercharger ist, weil es wirklich viel easier ist als an anderen herkömmlichen Schnellladestationen aus einem Grund nämlich. Und zwar liegt es daran, dass man, abgesehen davon, dass man diese coolen Drücke hat, dass man die Klappe so aufmacht, was mein absoluter Favorit ist, den Supercharger nicht freischalten muss, weil eben das Auto über die Kommunikationsleitung mit dem Supercharger kommuniziert und dadurch der Supercharger weiß, um welches Fahrzeug es sich handelt und die Abrechnung automatisch über das Tesla-Profil läuft. Und es ist also nicht notwendig, es irgendwie Kundenkarten anzulegen und den Supercharger freizuschalten. Alles was ich mache, ist hingehen, Knopf drücken, reinstecken und warten, bis es hier grün wird und dann lädt entsprechend der Tesla. Das ist wirklich so einfach, wie es sein soll. Ja gut. Wir sind jetzt am Supercharger und die Zeit will ich nutzen, um euch mal ein paar Features von dem Navi zu zeigen oder von dem Infotainment-System. Erstmal kurz ein Blick hier rauf. Obwohl das Fahrzeug nicht vorkonditioniert ist, legt er direkt 140 kW Ladeleistung an. Das sind rechnerisch 912 km pro Stunde, wenn man so sparsam wie möglich fährt, aber der Gedanke ist schon echt ziemlich cool. Gut, dann tun wir jetzt den Ladevorgang hier erstmal abbrechen. Einfach auf diesen Knopf drücken, Ladevorgang gestoppt. Und das war schon das ganze Spiel. Gut, einfach durch drücken auf den Knopf, fix das Ding entriegelt, Klappe raus, fährt dann automatisch ein. Das war's. Wir machen jetzt mal den ultimativen Test. Von 0 auf 100 beschleunigen kann jeder. Also machen wir einfach den Test 0, 200. Auf die Plätze, fertig, los. 100. 200. Was meinst du, Felix? Ja, es ist schon... Es geht schon vorwärts. Es ist... Es ist geistesgestört einfach. Man muss ja recht sagen. Also vorwärts ist der große Bruder von vorwärts irgendwie. Schon Wahnsinn. Und die Kala brüllt sich halt dabei nicht an. Nee. Also der macht das schon mit einer Unverschämtheit. Das ist wirklich... Also er brüllt nicht rum. Er sagt einfach, ja Boss, okay, 200. Mal eben. Also das ist wirklich Wahnsinn. Ja, vielleicht kennt ihr den Ort hier schon. Hier waren wir schon mal mit dem E-Up und haben es auf eine sensationelle Ladeleistung von 30 kW geschafft. Und jetzt sind wir hier mal mit dem Model 3. Das Interessante an Teslas ist ja, dass man natürlich nicht nur Tesla Supercharger nutzen kann, sondern eben auch andere Schnellladeinfrastruktur, die ja jetzt ja überall aus dem Boden schießt. Und dann stecken wir den einfach mal an. Das ist natürlich nicht ganz so easy, weil ich kann jetzt nicht mit dem Stecker rangehen und da raufdrücken. Das heißt, ich muss jetzt ja kurz ins Auto reingehen und entsprechend über den Klopf den Ladepunkt hinten öffnen. So, dann gehe ich jetzt hier ran. Schalte hier, wie beim letzten Mal, ihr kennt das ja schon, mit dem Ladechip entsprechend die Schnellladestation frei. So, also ich muss das Auto erst verbinden. Habe ich falsch gemacht. Siehst du, ihr seht schon, das ist ein Ticken umständlicher, aber es wird schon funktionieren. So, Schritt 1. Warten, warten, warten. Und dann geht's los. Hat er sich den Chip schon gemerkt? Und jetzt natürlich eine interessante Frage, welche Ladeleistung schaffen wir denn hier? Die Ladesäule kann theoretisch 350 kW, wie man hier auf dem Tarometer sehen kann. Also, vorkonditioniert ist ja auch wieder nichts. Aber wir waren vorhin bei 140 und wir haben es jetzt schon überstiegen. 140, 50, 160. Knapp 170 kW schaffen wir jetzt hier in unserer Messung. Also, wir wissen, dass es auch noch ein bisschen mehr geht, aber 160 kW, das ist schon echt richtig krank gut. Also, Respekt an Tesla, dass es halt auch mit inkompatibler Ladeinfrastruktur problemlos solche guten Ladeleistungen gibt. Also, das ist wirklich, das ist einfach, ich meine, eh ab, 30 kW, 100, jetzt 150 kW. Das ist schon ein ganz kleiner Unterschied. Ja, wir wollen euch nochmal fix was jetzt zu diesem monströsen Display hier in der Mitte erzählen. Ich will da jetzt nicht komplett drauf eingehen, weil da gibt es unfassbar viele YouTube-Videos, wo das gut erklärt wird. Aber so ein paar Funktionen möchte ich hervorheben. Das eine ist das Navi. Das Navi funktioniert nämlich mit Google-Karten, die einerseits den aktuellen Straßenverkehr berücksichtigen und das entsprechend mit einplanen. Das ist ziemlich cool und dadurch wird man eben verkehrsoptimiert geführt. Aber eine Sache und das ist das, was dieses Navi wirklich besonders gut macht, ist, dass es die Tesla Supercharger in die Routenplanung mit einplant. Gebe ich jetzt hier also einfach mal aus Spaß ein, was machen wir jetzt mal, fahren wir mal nach Paris. So, das ist von hier, wir sind jetzt in der Nähe von Dresden, ja hier Paris Airport, klingt super. So, das ist also offenbar ein ganzes Stück. Und dann rechnet der also mir sozusagen automatisch aus, an welchen Ladepunkten ich wie oft laden muss und mit welcher Restkapazität ich dann dort entsprechend ankomme. Und ich muss also mir da vorher keine Gedanken machen, wie es bei anderen Elektroautos muss, wo kann ich laden und wie fahre ich da oder mir eine Strategie ausmachen. So, ich drücke einfach da drauf, fahre da hin, stecke den ein und das, was dort steht, das ist eben auch das Gute daran, das ist realistisch. Also das, was einem das Navi anzeigt, das schafft man auch. Was ist noch richtig cool an dem System? Ich meine, es ist Stand der Technik, aber Tesla hat das in Perfektion betrieben, dass natürlich Google-Karten sind der Beweis dafür unter anderem, dass das Fahrzeug permanent mit dem Internet verbunden ist, also mit einer LTE-Verbindung. Und dadurch sind natürlich viele Spaßfunktionen, wie zum Beispiel YouTube gucken, Spotify-Einbindung und solche Sachen möglich. Aber das eigentlich Interessante daran ist ja, dass sich das Fahrzeug also permanent updatet und weiterentwickelt. Also nicht nur der Autopilot profitiert von diesen Funktionen, sondern auch alle anderen Features in dem Fahrzeug werden geupdatet. Und das Highlight, worüber sich die Tesla-Community immer mega freut, ist, dass es sogar manchmal Updates gibt, wo die Leistung nochmal gesteigert wird. Einfach so, das ist kostenlos mit drin, hat jeder Tesla-Fahrer. Und das ist schon auch nur ein Alleinstellungsmerkmal, dieser Umfang und diese Perfektion von Updates, die dieses Fahrzeug bekommt. Ja, wir sind jetzt mal auf das Land rausgefahren, um das Model 3 auch in dieser Umgebung mal zu testen. Was gibt es hier dazu zu sagen? Natürlich fühlt sich das Model 3 pudelwohl auf der Landstraße. Das Ding ist einfach ein fahrdynamischer Hammer. Ihr habt das ja schon aus der Autobahn gesehen, wie wir da durchbeschleunigen können. Und das Fahrzeug liegt halt einfach bombastisch auf der Straße. Die Reb-Kooperation ist super stark, dass man eigentlich die Bremse auch auf der Landstraße quasi nie braucht. Wenn man mal ordentlich beschleunigen will aus dem Ort raus, funktioniert das auch super. Auf nicht ganz so kurvigen Landstraßen kann man auch super den Autopilot benutzen. Wenn es zu kurvig ist, glaube ich, würde ich es eher nicht empfehlen. Aber es funktioniert auch besser, als man denkt. Es gibt zur Landstraße nicht viel zu sagen, außer es gibt keine Probleme. Ja, um sich den Tesla auch mal von hier hinten anzugucken, habe ich mal die Rückband umgeklappt und habe mich mal hinten reingelegt. Was auffällt, der Tesla ist hinten doch echt relativ groß. Man kann nicht ganz gerade umklappen. Es gibt allerdings keine Kante. Also ich habe zum Beispiel vor, in dem Auto zu schlafen. Mit einer Matratze würde es schon gehen. Es ist nur ein kleines Stückchen zu kurz. Aber was hier hinten auffällt, das ist mir auch erst mal bewusst geworden, als ich mich hier hinten reingelegt habe, ist, dass der Tesla ja hier, hier und vorne alles Scheiben hat. Das sind wirklich nur diese beiden Querbalken. Ansonsten ist es ein durchgehendes Glasdach. Und das ist ja immer so. Und das ist echt ein cooles Feature. Also wenn man dann hier abends drin liegt, sich die Sterne anguckt, herrlich. Allerdings wird natürlich auch früh geweckt durch die Sonne. Aber ja, kann man sich vielleicht was davor hängen. Aber es ist schon für so ein kleines Auto einfach viel Platz. Das zeigt wieder, Elektroautos, die als Elektroautos konzeptioniert wurden, sind eben vom Raum außen in Verhältnis eben wirklich ziemlich gut. Also sie sind eben von außen relativ klein, aber trotzdem von innen größer als vergleichbare Verbrenner. Ja, zwei Testtage sind jetzt vorbei mit dem Tesla Model 3 Performance und es gilt jetzt final ein Fazit zu ziehen. Also erst mal, das muss man wirklich ganz klar sagen, ich kenne das Auto ja auch schon ein bisschen länger. Teslas sind wirklich anders. Es gibt so viele Details, in denen sich Teslas von anderen herkömmlichen Fahrzeugen unterscheiden. Und ihr könnt euch auch diese ganzen Details alle gar nicht zeigen. Es sind so ganz, ganz, ganz viele Kleinigkeiten. Ob es der Türöffner ist oder das gesamte Infotainmentsystem, alle diese Dinge. Es sind wirklich unfassbar viele Kleinigkeiten, die anders sind. Das ist natürlich oft ein bisschen Geschmackssache. Dem einen gefällt das, weil es so ein bisschen Spielerei ist. Der andere sagt vielleicht, ich würde es vielleicht lieber ein bisschen manueller haben. Wie auch immer. Wahnsinn ist auf jeden Fall, dass das Auto in seinem Gesamtpaket wirklich echt überzeugt hat. Also ich muss zugeben, ich bin Tesla Fan und ich finde, das ist ein super Auto, was einfach im Gesamtpaket irgendwie ein klasse Bild abgibt. Und es bleibt mir eigentlich jetzt final nur ein einziges Fazit zu ziehen. Das ist subjektiv. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Aber ich muss sagen, das Tesla Model 3, egal welche Version, ist momentan das beste Auto, was man kaufen kann. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Video.